Hi! In diesem Beitrag geht es um die dritte Meditation von René Descartes. Einen Einblick in die erste und zweite Meditation gibt es in vorausgegangenen Beiträgen. Wir steigen direkt ein, wie gehabt, mit Fokus auf den Substanzdualismus bei Descartes. Die dritte Meditation läuft auf den ersten Gottesbeweis hinaus. Für diese Unternehmung verweist Descartes als Motiv auf den Widerspruch zwischen dem Dämon-Argument und seinem eigenen Erkenntnisstand. Diesen Erkenntnisstand hält er mit der Regel fest, wahr sei, was er klar und deutlich erfasse. Eine Definition der Begriffe klar und deutlich als Wahrheitskriterien findet sich etwa in Descartes' Prinzipien der Philosophie von 1644. Präzise aber, mit Bezug auf Descartes und dessen Verständnis auch entsprechend, in einer Abhandlung von Gottfried Wilhelm Leibniz aus dem Jahr 1684. Leibniz schreibt, eine Erkenntnis sei entweder dunkel oder klar. Eine klare Erkenntnis sei entweder unzureichend oder angemessen hinsichtlich der Erfassung sämtlicher Merkmale eines Erkenntnisgegenstandes bzw. symbolisch oder intuitiv. Da die Erkenntnisgewinnung etwa in der Arithmetik vermittelt zu Symbole, also kürzen, Variablen mit nicht komplett erklärten Begriffen und Merkmalen arbeitet, bezeichnet Leibniz sie als blind. Eine klare und deutliche Erkenntnis ist also dann perfekt, wenn sämtliche Begriffs- oder Wesensmerkmale eines Erkenntnisgegenstandes adäquat erfasst sind und dies auf eine unmittelbare, intuitive Weise geschieht. So die Wahrheitsregel bei Descartes. Doch selbst das in diesem Sinne klar und deutlich erfassbare könne eben die Täuschung eines allmächtigen Gottes sein. Sofern es einen solchen gibt, und dieser sich wieder erwarten als Betrüger entpuppt. Solange dies unbekannt sei, könne sich Descartes – außer sich selbst als denkendem Ding – keines anderen Dinges je sicher sein. Und aus diesem Grund, also um sich auch mal anderer Dinge gewiss sein zu können, sucht der Philosoph nach einem Beweis für die Existenz Gottes. Ein solcher Beweis ist für Descartes Annahme zweier Substanzen zwar grundlegend, soll an dieser Stelle aufgrund seines Umfangs jedoch nur zum Teil wiedergegeben werden. Relevant ist, für die spätere Erörterung der Existenz materieller Dinge, vor allem der Gedankengang zum Realitätsgehalt. Descartes' Gedanken zum Realitätsgehalt beginnen mit einer Feststellung. Ideen als reingedankliche Zugriffe seien in ihrer repräsentierenden Funktion alle gleich. Dinge hingegen seien in ihrer jeweiligen Realität offensichtlich sehr verschieden voneinander. Und zwar verschieden in zweierlei Weise. Einmal in gradueller Hinsicht, was die objektive Realität im Sinne ihres Sachgehaltes anbelangt. Diejenigen Dinge, die Substanzen darstellten, seien offenbar irgendetwas Größeres, also objektiv realeres, als diejenigen Dinge, die bloße Akzidenzen – grob gesagt, anhaftende, sich verändernde Eigenschaften der Substanzen – darstellten. Verschieden aber auch zweitens, was die formale Realität im Sinne des Ursache-Wirkung-Prinzips anbelangt und des damit verbundenen Bedeutungsgehaltes. Dasjenige Ding, das Kraft seiner Wirkung als Substanz in Erscheinung tritt, muss seinerseits eine Ursache haben, die formal – der Form wegen – dieselbe Realität, also denselben Sachgehalt beinhaltet wie ihre Wirkung. Objektive und formale Realität sind zwei Modi des Seins. Der eine Modus entspricht den Ideen von ihrer Natur her, der andere Modus entspricht den Ideen von den Ursachen dieser Ideen her. Nun müsse es, so Descartes, eine erste Ursache geben, in der alle Realität formal enthalten ist, die in den Ideen lediglich objektiv enthalten ist. Diesen Aspekt finde ich persönlich etwas schwierig zu begreifen, deshalb verweise ich an dieser Stelle noch einmal auf das etwas ausführlichere Skript zum Beitrag, das es zum Nachlesen unten verlinkt. Die Vernunft muss aus diesen Gedanken folgern, dass die ihr gegebenen oder zugänglichen Ideen von Dingen objektiv nie mehr Realität innehaben können, als formal den Dingen innewohnt. Dem denkenden Ding, dessen Existenz Descartes mit dem Existo-Argument sicherte und mit sich selbst identifizierte, kommt ebenfalls objektive Realität, also ein realer Sachgehalt, zu. Dieses Ich ist, weil es nachweislich irren kann, unvollkommen. Demzufolge müssen all die Ideen, die das Ich verursache, die aber die formal im Ich enthaltene Realität nicht übersteigen dürfen, auch unvollkommen sein, in ihrem Bedeutungsgehalt bzw. ihrer Wirkung. Daraus schließt Descartes, Wenn die objektive Realität einer seiner Ideen größer ist als die formal in ihm enthaltene Realität, dann müsse sie von außerhalb seiner selbst verursacht worden sein. Das heißt, es würde ein weiteres Ding existieren, das Ursache dieser Idee ist. Eine solche Idee ist die vom vollkommenen Gott. Dieser Vorstellung kommt ein vollkommener Sachgehalt zu. Also muss es eine vollkommene Ursache geben. Das unvollkommene Ich kann diese Ursache nicht sein. Allein Gott ist vollkommen. So kann nur er selbst die Ursache sein. Ergo, ein vollkommener Gott existiert. Bei diesem an Thomas von Aquin erinnernden Gottesbeweis handelt es sich um den ideologischen Gottesbeweis. Unsere Idee von einem vollkommenen Wesen könne nur ein solch vollkommenes Wesen selbst zur Ursache haben. Kombiniert mit der Wahrheitsregel kommt Descartes später zu dem Schluss, dass jede vom Ich klar und deutlich erfasste Erkenntnis – vor dem Hintergrund eines vollkommenen, nicht betrügerischen Gottes – wahr sein muss. So setzt er das Ich und Gott nach ihrer jeweiligen Bestimmung zueinander ins Verhältnis. Für unseren hiesigen Fokus ist jetzt wichtig, wie Descartes das Verhältnis des Ich zur Welt bestimmt. Schließlich lautet sein Ziel, einen Beweis zu erbringen für die Existenz Gottes und die Verschiedenheit der Seele vom Körper. Dem ersten Teil ist Descartes nachgekommen, der zweite Teil steht noch aus. Im nächsten Beitrag geht es um die vierte Meditation von René Descartes und dessen Gedanken zur Willensfreiheit. Doch vorweg lege ich eine Sommerpause ein, d.h. wir sehen uns in zehn Wochen oder so wieder. Bis dahin alles Gute und wie immer danke fürs Zuhören. Geist.